Zeit für ein Bunt, du, 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 du! So, so, ja gut, kann mal irgendwer in der Anmoderation machen, bitte? Hallo und herzlich willkommen zu... Dankeschön, Max! Zombie-Modus! Wieder dabei, wie man kaum schwer erkennen konnte und hören, Rewi. Ah! Dena, Dalukat, Currywurst und Mafuyu, der wieder am Anfang hoffentlich stirbt, nicht wahr? Ey, du bist ein Drecksack, ne? Alle Militäre runter, Jungs! was taktik besprechung wo gehen wir hin prüssen super idee können wir lassen jungs wir müssen aussteigen ich war der einzige eine ansage gemacht hat die affenköpfe ich war damit beschäftigt mein controller einzurichten ich habe eine piste und ein paar schuhe ja du hast pvp gesagt ja wo bist du komm her das war mafujo er hat vss gesnipet ich hab nicht mal ne waffe du idiota kannst du jetzt keinem erzählen lass mal farm gehen komm in dem haus war noch ne sichtle dennis du hundesohn alter felix alter wir mussten leider noch mal neu starten aufgrund technischer schwierigkeiten die aufgetreten sind ich finde so witzig wie diese zombies sich wirklich wie zombies bewegen diese ganzen hier alles individuelle spiele aber ich glaube dass vom pc auch nur zombies sitzen raus steigen raus steigen 3,2,1 raus ab ins gebäude oh ich hab ne knarre mafujo ist da oben einer curry curry ich komme haltet die fresse ich muss steps hören nein oben ist keiner leute curry ich komme trotzdem looter das haut leer ich komme rengelaufen ich komme rengelaufen Max hinter uns Max hinter uns ist einer grüße eh Max ich dodge ihn bis hin sammel ne waffe sammel ne waffe wir brauchen die ohne Hilfe wir brauchen die ohne Hilfe kommt doch hoch 1,2 warte mal Max 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 tu mal mach mal auf mit ner waffe Alter was tut ah mafujo guck mal dass der dener direkt verreckt der blöde w**** ja DALU komm her DALU 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 ISN ENERGY HIER DALU Nimm die Schmerzmittel DALU Angriff doch DENA Angriff Angriff Ja DENA ist tot DENA Was ist hier los Alter seid ihr vollkommen Mann wo seid ihr denn Hier war doch gerade eine Minnauti Ich hab einen Jungs ich hab einen Ich hol ihn mir Och man Was ein Zombie DALU ich hab zwei Schuss Ich hab zwei Schuss Über der Türe man Alle beim Eingang Alle Jungs wir klären Auf gehts Ich hab ein Problem Leute Hier ich bring ein paar rein Vordereingang Vordereingang Nein Verarschen Mann Wollst du mich verarschen Beleb mich wieder ins Arschloch Sag bitte Bitte Ok Ja bitte jetzt Los haus rauf So er schlägt ihn Ey schnell weg Ich hab nen Nate geworfen Nate 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 Was Max Max F*** dich Max Er hat nen Nate geschmissen hat er gesagt Nein hat er nicht Hat er nicht Hat er nicht Dalo du brauchst Dalo du musst das nicht tun Dalo Daneben Junge Das muss nicht sein Das muss nicht sein Das muss wirklich nicht sein Was ist denn da los Ich hab so gewusst Du kleine Unterquare Ich war das nicht Was ist denn hier los Was ist denn hier los Du kleiner Wichser Du kleiner Wichser Bring gleich um wenn du wieder stehst Nein warte Dalo Dalo warte Dalo Dalo hör mir zu Dalo hör mir zu Hör auf Dalo brich ab Dalo du musst abbrechen Dalo Wir müssen die Runde eh neu starten wegen denen also Jetzt Nein Max Max nein Nein AHHHHH Verdient alter Danke Dalo Sowas von nicht verdient Fangen doch jetzt an man Ja hallo Leute dritte Runde los Baby ist auch dabei Ja Und die anderen auch vielleicht vorstellen oder Nö Vergessen den Warum haben die Zombies alle Klamotten an Äh Wir spielen wie eine normale Runde Oh nein Alter Nein Max 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 Willkommen zum vierten Versuch Von PUBG Zombie Modus Mit dabei ist Herr Currywurst Dalo Kart Dena Mafuyo Und Max Ich bin schön dass wir morgens angefangen haben Und jetzt die Leute von der Arbeit alle auch mit dabei sind Prison war eine blöde Idee Da sind wir eben hingegangen Jetzt wissen wir Nein nein ich mach die Kreuz Jetzt haltet eure dumme F*** Fresse Alle die Fresse Wir gehen da runter Max wenn ich kurz einwerfen darf Nein halt dein Maul du Opfer Nein halt dein Maul du Opfer Die beiden Dörfer da gehen wir runter Ja Und raus Ich kann nicht drücken Er hat euch verarscht Was Ich sinds noch drin Da haben wir euch aber rangekriegt Hä 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 Ich kann nicht App drücken Lass man dann hier nicht Und Max Ja wir können da erst nachher vielleicht Ja ok na Ja gut Jungs Das wird jetzt die Runde wo wir es jetzt schaffen werden oder Ja 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 sicher Felix komm her zu mir Kommunikation ist alles Leute Aussteigen wir was Ja ja hier mal schön looten den da her Ja Lass mal treffen Dallu ich mach dich kalt ok Jetzt Jungs jetzt hört doch mal bitte auf Ja wir sind ein Team und dann müssen wir auch zusammen jetzt spielen ja Ja sicher So Bibi hat dein dummes Maul Nee irgendwer muss jetzt mal Maximilian Ja ist doch gut ich weiß Einer da Einer krieg ich wiederbeleben oder nicht Jawoll Du kannst den Zombie wiederbeleben ja Kein Problem Sehr gut Noch mehr Zombie ich belebe dich wieder Ah Wie man den Mausklick hört Dic 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 Ah 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 Ich bin sauer Ich bin so sauer ich bin Diener Ah Ah meine Stimme Ah Ah Alter Ja Und jetzt bisschen Smalltalk vielleicht Jungs ich weiß ja nicht Dann stell doch mal was Gennst du mal die Stille Hör mal das Rauschen des Windes Ach nee Ich find's immer eigentlich ganz gut wenn Reven nicht redet Ja Was haben jetzt noch nicht ganz viele Holy Shit Was heißt denn ganz viele Okay wir müssen Drei Stück in kleinen Raum zählen Ja also wir müssen Ich finde wir sollten erstmal eine fixe Definition für viele festmachen oder Oh nein Nein Alter Diener Mann Nein Alter Diener Alter Diener Das kann doch nicht wahr sein Mann Diener Alter ich hab da keinen Bock mehr drauf Komm jetzt Curry wir stürmen jetzt hier auf Ey ich bin auch dabei Bereits Mann Das kann doch nicht wahr sein Alter Fahr da nicht weg Du abschließend hier Vorsicht Scheiße Warte 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 Granate Da ist da Da ist da Da schmeißt du keine Granate Ja 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 Zu Fuß noch ne Also das würden wir easy hinbekommen Ja das schaffen wir dreimal Ja Mag ich vorlaufen Okay Du Du weißt du Du weißt du Weißt du Weißt du Weißt du Max, da fahre ich mit dir, bitte Max, da fahre ich mit dir Jetzt halt doch mal den Maul Moment, ich habe in meiner vier Leute gekillt Sind die aber keine Tryhards, sind keine Tryhards hier in meinem Team Doch, ich, ich habe vier Leute mit einer Von YouTube Deutschland Gibt es hier überhaupt einen, der unter fünf Videos am Tag released? Ja, ich mache nur zwei Querbeet, Alter Und die anderen beiden, die hauen nur Minecraft raus, Alter Moment, Moment, Dena macht auch Vlogs Dena ist tot, da weißt du, wohin ihn das geführt hat Dena hast du mal überlegt, so vom Greenscreen zu vloggen Und dann schneidest du einfach PUBG-Material dahinter Ich glaube, Dena ist auch gar nicht mehr da Dena ist geraged, bitte Jungs, wir müssen laufen Oh, das schaffen wir niemals Ja, lass mal losgehen Rechts oben kommt gerade ein Drop, vielleicht können wir dafür gehen Da, genau vor uns Da gehen wir Da werden jetzt alle Zombies sein Und wenn die Zombies den Drop versuchen zu öffnen Weil die ja dumm sind, ne, sind ja Zombies Wir scopen einfach auf die und machen die lange, Jungs Alter Da vorne, da vorne, da vorne, da vorne, da vorne, da vorne, rechts Rechts auf dem Auto Rechts auf dem Auto, auf dem Auto Oh mein Gott Und jetzt, nicht hingehen bitte Curry Da fliegt gerade der Nation Das ist diesmal ernst Oh, ja diesmal sehr ernst Ich schieße sie wie die Fliegen Sehr gut, sehr gut Curry Ja, da im Busch, da liegt noch einer Die liegen hier auf dem Boden, ey, pass mal auf Die haben auch Tarnfarben grün, Jungs Die hören die Schüssel und kommen jetzt nach und nach her, sag ich dir Dann fracken wir die Fracken die, plett weg Sehr gut, Jungs Ich muss los, Alter, das ist das Problem, Mann Ja, warte, Dennis, ich bring dich um, kein Problem Okay, mach's, tue's Aaaaaaah Was macht ihr? Geht mit Elevitation, du Hund Warum? Er muss los Tut mir leid Ach so, okay, tschau Mach's, ey, ich hole da dein Bein dran Echt? Ja Alter Oh, kommen einige, kommen einige Ja, von hinten auch, Mann Alter Können wir irgendwo in dein Gebäude? Hinter mir, ey, Max, 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 warum? Muss du sein, muss du sein Max, ich werd totgeschlagen Max, warum? Max, sag mir, warum hast du was gemacht, du Idiot Max, das war kein Versehen Das hast du mit Absicht gemacht Nein, es war aus Versehen, es tut mir leid Du Arschloch Wir rächen aber Du dummes Arschloch Wir rächen dich Nein, du bist ein Arschloch Mann, Max Die sind doch alle mit 30% am selben Ort Fünf Stück hier oben auf dem Berg gesehen Nur wo sitzen sie? Die müssen ja hinter einem Abhang sein, den wir grad nicht sehen Die könnten auch links hinter dir noch sein, Max, ne? Da oben, äh, am Baum 210 Ja, da kommen sie, da kommen sie Links noch einer, Max Hinter dem Hügel ist es Hinter dir, Curry, Curry hinter dir Curry hinter dir, zwei Stück Ja, 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 ich laufe, ich laufe Sehr gut, Max Max, hinter dir, hinter dir Oh fuck, oh fuck Hinter dir noch einer, Max Schönes Ding Alter, sehr gut, Jungs Ja, geil, geil, geil Schönes Ding Hier oben liegen noch mindestens 10% Quote Also down Ja, wir müssen die, wir müssen die finden Das sind nicht mehr viele Ne, ne, das haben wir, glaub ich Sehr gut, Jungs, sehr schön Schöne runterrasieren, die F***er Ja, die F***er machen wir jetzt weg Es reicht mir Moin Ey, okay, warum soll ich dich leben lassen? Ne, das sah aber anders aus, als du meine fressige Randbiss, Junge Dalu trubt sich da noch aus, ey Verdienst Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, Curry Max, hör mal auf die Jungs zu schießen hier, Mann Was ist das, Curry? Da, 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 Max, unter dir, Max, unter dir, unter dir, die liegen doch da Hallo Sag mal Da links, 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 links lag noch einer, links lag noch einer, Max Bratwurstboy, wie findest du spannender aus, sag mal Hau dich weg, sorry Links, Max, links, 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 da Ich freu mich so, dass ich am Ende nicht mitspielen konnte, weil das hat echt am meisten Spaß gemacht, glaube ich Dankeschön Danke, Max, für dieses geile Game Danke schön Dalu hatte 28, ich hatte 20, Curry hatte 14, BW hatte 10, Mario 3, DNA 1 Ja, ich hätte sicherlich mehr gemacht, aber ich bin urplötzlich gestorben Ja, aber Dalu hat doch keinen Spaß mit den Zombies gemacht So, ich habe Spaß Nee, ich habe doch deine Art, Dalu, halt jetzt dein Maul So, schaltet dein beim nächsten Mal Tschüssi Macht's gut, haut rein, ciao, ciao Tschüssi Untertitelung. BR 2018